Wenn du dich für Dubai interessierst und willst du richtig Geld sparen, dann solltest du jetzt genau zuhören. Denn ich habe vor, einen Selbstversuch zu machen, der mir mindestens, wenn er gelingt, zwischen 10.000 und 20.000 Euro einsparen wird in den nächsten 10 Jahren. Denn das Erste, was dir auffällt, wenn du nach Dubai kommst, ist es, dass es Tausende von Agenturen gibt, die dir gerne dabei helfen wollen, hier ein Visum zu beantragen oder eine Firma zu gründen. Ja, und wenn es so viele gibt, dann habe ich mich gefragt, das kann noch gar nicht so schwer sein. Also habe ich mich für einen Selbstversuch entschieden, dass ich ein eigenes Investorenvisum hier mal in Dubai beantrage und mal gucke, was das wirklich kostet. Ob ich das am Ende hinkriege oder nicht, weiß ich euch noch nicht. Aber ich nehme dich mit auf meine Reise und wenn es nicht klappt, kann ich ja immer noch eine teure Agentur beauftragen. Also abonnieren, dabei sein, die nächsten Videos nicht verpassen, denn entweder siehst du mich scheitern oder du kannst so richtig Geld sparen, genau wie ich das jetzt vorhabe. Das können wir doch auch selber, wir sind doch nicht doof. So meine Behauptung, mal schauen.